Am besten fängst du das goldene Pferd, indem du es einfrierst. Dazu öffnest du dein Inventar mit gespannten Bogen und suchst die Eisfrüchte und schießt diese auf dein Pferd. Dann stellst du dich daneben und wartest, bis es wieder auftaucht. Und dann springst du entweder ganz schnell drauf oder, wie ich hier in diesem Fall, renn einfach hinterher und mach die gleiche Prozedur nochmal. Dann stellst du dich wieder nebendran, wartest bis es auftaucht, vielleicht ein Stück weiter nach vorne, springst drauf, tätscheln, am besten deinen Ausdauertrank parat haben, den trinken, weiter tätscheln und so hat man das goldene Pferd beruhigt. Jetzt schnapp ein paar Jahre alt. Dann fern die Pferd auf den KIND drei, vier und die Stille. Dann filtersteig, wie ich hier und dann fern sie gemütte. Dann fern sie auf die KIND. Dann fern sie auf der KIND. Dann fern sie auf der KIND. Dann fern sie auf die KIND. Dann fern sie auf die KIND. Untertitelung des ZDF, 2020